So, es geht auf die Zielgerade bei Field 2 und eurem C-Reig. Wir sind jetzt in Still Island angekommen bei unserem Kernreaktor, wo unsere kleine Arme gefangen war. Oh, 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 oh! Ähm, hi? Hallo? Geht das schon mal super los hier? Was soll denn das? Äh... Diesig, raurig... Äh... Das bin ich, ja, das bin ich. Alter Vater, was soll denn das? Ich hab gerade erst angemacht und schon geht's so los, was soll denn das? Hilfe! Wo? Was, 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 was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich wurde gesappt. Ich bin hier. Ja, ich geh ja schon hierhin. Alter, ist das der Baum, wo sie geschaukelt hat oder? Oh, 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 oh! Hä, was? Bringt sie in die Kammer! Warum? Neeein! Höh! Oh! Alles klar. Wir behalten mal unsere Schroti. Schroti-Noti. Ich hab Kopfschmerzen. Mir tut mein Visier weh. Nein, unser Visier flackert. Ja, ich hab Kopfschmerzen. Sehr gut. Das geht in die Luft, wenn man draufschießt. Boxen. Boxes. Hä, war hier nicht grad noch... Ach, da ist das Loch. Vor kurzem war hier nicht grad noch ein Loch. Geht wohl. Ich dachte, ich hab da was gesehen. Hallo, 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 C-Nations. Hä? Ich weiß, was will. Schön. Das ist super. Alter. Ich schenke meinem Kind nie so ne Poppe. Wie? Warte. Ganz kurz runterkommen. Wie? Oh, jetzt geht's. Oh, was war das denn? Ich hab gerade erst angefangen, Leute. Nicht mal die Nackenhaare sind hinterher. Komm, die kräuseln sich jetzt noch. Mach auf. Schön. Komm auch, sofort. Hä? War da was? Ne, war nix. Da ist eine Leiter. Schön. Ach, sehr gut. Hä? Kann ich den rücken? Den ein bisschen abstellen und alles so? Ich bin hier. Ich bin gerade im Wasser. In der Kan- In der Kanal-Lisa-Zion. Wasser. Und das ist auch super. Gut. Hier haben wir diesen schönen, langen Rohrgang hier. Achso, das ist da hinten nur. Ah. Beckett, wieso schnaufst du nicht? Sonst schnaufst du auch immer. Oh, hell. Blink, bling, 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 bling. Da liegt ne Weste. Einer. Hoppa. Platz ist er. Warum liegt hier ein Scharfschützengewehr? Dann benutzen wir doch mal ein Scharfschützengewehr. Upsi. Wo, was machst du denn da? Fuck dich doch mal nicht so lang, Kumpel. So. Panzerung ist immer noch voll. Wo kommen wir denn hier rauf? Scheint nicht so. Super. Einstieg. Wow, 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 wow. Eins. Und. Zwei. So. Hallo, ich bin. So. Ist ein Geballer, wir haben immer noch Kopfschmerzen. Ach, guck mal. Morales, unser Fahrer. Rede mit mir, Mandy, wie läuft's? Sie wirken nicht sehr koordiniert. Sieht nicht nach einem organisierten Angriff aus. Sie tauchen einfach zufällig nacheinander auf. Tauchen einfach zufällig nacheinander auf. Sie spawnen sozusagen random. Wow, 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 wow. Wow. So, naja. Wow, wo kommt ihr denn alle? So. So. Nachladen? Ich lad doch nach, Leute. Das ist der andere. Mist. Schön in die Hüfte geschossen. Leber weggeratzt hier. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Leute, ich habe Kopfschmerzen, muss kämpfen. Was ist das denn überhaupt für eine Mucke? Oh, du findest dich in deinem Kampf. Ein bisschen Muni einsammeln. Muni, Muni, Muni. Ah, da lag eine Weste. Sehr gut. Gar nicht gesehen, trotzdem eingesammelt. Weste, aber gibt's. Da, da, daneben. Da, daneben. Salan. Immer noch Kopfschmerzen. Man. Fuck. Man. Fuck. Alter, was ist denn das für eine Musik? Sehr viel, Rob. Hier so mit so einem Katana durchmetzeln, das wäre auch super. Dann machen wir noch eine erhöhte Position hier und dann. So. So. Musik ist weg. War's das? Das war's? Echt? Ohne Hits? Muni. Muni, Muni, Muni. Ich brauch Muni. In dieser scheiß Welt. So. Mani. Mani, Muni. Muni, Muni. Muni, Muni, Muni. Wuhu. Ich bin da, Leute. Guckt mal. Hallo. Verdammt, Beckett. Du bist mir ein echt ausgebuffter Drecksack. Ja, und du bist ein übelstes Arschloch. Ähm. Ich dachte, wir schmeißen uns Beleidigungen an den Kopf. Hier bin ich. Genau hier durch. Ja. Mist. Fuck. Scheiße. Die Schalttafel hatten den Schuss abbekommen. Schießt du da auch drauf, du Idiot? Ich denke schon, einen Moment. Einen Moment. Den Kopf runter. Wo? Stokes, mach schnell. Hier tauchen gerade ein paar verspätste Gäste auf. 12 einmal? Nein. Ging nicht durch. Ihr das Geschütz auf dem APC. Ja, mach ich. Wuhu. Geschütz, man. Wuhu. Alter. Das ist ein Mucke. Von wo, von wo, von wo, wo ist der Kaffärin da? Boah, Alter. Übelst am fliegen, Alter. Da ist einer, der den Buzi hier aushält. Ja, Tobielski. Oh yeah. Noch wen hier? Da hinten. Ich hab's ja nur hingeschaut, dass ich will. Da kommt einer. Nein, das ist ja in der Übrigen. Er platzt. Das kennt ich auch. Er spricht nur aus der Lüge, der Manni. Was ist das? Ist das therapeutisch? Oh ja, das ist... das ist richtig therapeutisch nach diesem Moment eben gerade. Lanz. Ich hab's. Die Tür ist auf. Manni wird uns den Rücken freiteln. Ich will keine Überraschung. War das geil. Verstanden, Lieutenant. So. Treffen Sie sich mit Sergeant-Lieutenant Stokes. Mal auf hier. Okay, Manni. Du wartest hier. Ich mach das alleine. Äh, kommst du lieber doch mit? Bitte, 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 bitte. Ja, okay. Ich geh schon. Ja? Danke. Komm doch mit. Hey, bleib einfach da stehen. Drück. Die Konderminierung. Was steht da? Stand, clear, auf du Wert. notice. Dunkel. Abschnitt 7. Abschnitt 7. Verneinigung! Whoa, Laser Party! Yeah! Was ist das schon? Kein Techno. Schade, da nicht. Ach, da hinten habe ich es ja schon mal gesehen. Ja, ich sehe dich. Ich komme sofort. Okay, hier ist es nix. Auch nix. Auch keine Monitore, die wir kaputt machen könnten. Ja, ich komme gleich. Hier ist zu. Schade. Ich gucke mich nur schnell um. Oh. Nix, nix. Alles okay. Hier ist ein altes Tonbandgerät. Ja, ich bin da. Hey, auch super, dich zu sehen. Toll. Ja. So, dann mal das. Tür geht zu. Nur die eine Tür geht zu. Warum auch nicht? Ähm. Ich übernehme mal diesen ganz schwierigen Partonbrücker auf den Knopf. Oh, scheiße. Ist das nicht so wie im Horrorfilm, wo sie deine Gedanken liest und deine tiefsten Ängste gegen dich verwendet? Ja, mach mir ruhig Hoffnung. Ohne Witz. Was auch geschieht. Du solltest wissen, dass niemand hätte tun können, was du heute getan hast, Beckett. Was hab ich denn getan? Wenn wir hier rauskommen, dann nur dank dir. Oh, danke. Oh, bist du niedlich. Ja. Oh, du hast ne Mutter mal. Na, juck dir die Stirn. Muss nicht mal duschen gehen. Alter, sieht das hier aus. Want it? Bringen wir es hinter uns. Mein Zimmer jagt mir Angst ein. Warum auch immer. Warum er, sie, erst das tut. Oh, das ist grad ein Vogel gegen die Fassade geflogen. Wie man so kennt. So ein elender Tag. Ja. Musst du schon zweimal duschen heute. Alter, öffne die Luftschleuse. Ich öffne. Ich bin ja für nichts anderes da. Stand clear, off doors. Okay. Wir überspringen mal das. Was liegt denn hier so? Ich würde den am Geigerzähler haben. Wenn wir drinnen sind, muss ich alles so einstellen, wie es in den Notizen von Snakefist steht. Während ich das mache, kannst du den Verstärker anschalten. Ich hab Kopfschmerzen. Aber egal. Scheiß drauf. Lichter sehen cool aus hier, die so links reinscheinen. Ich hab immer noch Kopfschmerzen. Mein Visier, flackert das? Ja, es schwächelt so ein bisschen. Ja, es flackert. Ja, super. Fuck hier. Mal hier auf den Knopf drücken. Tut meinem Finger schon weh. Kratzt hier nicht am Arsch rum. Damit hältst du die Waffe. Aber zum Glück sind wir nicht mehr alleine. Alles super. Was steht hier? Hinweis. Für den unwahrscheinlichen Fall einer mehrfrequenten Desynchronisation während des Volllastbetriebes bestätigen Sie sofort die Notfallabschaltung. Bei der Abschaltung wird ein Dämpfungsfeld aktiviert und der Kandidat, der Schwächste fliegt, wird in der telekinetischen Dämpfungsgabe festgehalten, bis entweder das System resynchronisiert ist oder der Kamerad, äh, der Kamerad, der Kamerad, der Kamerad, der Kandidat verstirbt. Die Dämpfungsgabe ist eine Dämpfungsgabe. Die Dämpfungsgabe ist eine Eindämmung von telestetischen Abschaltungen bis zur Stufe 4 ausgelegt. Die Verwendung mit Telepatin Stufe 5 oder höher ist daher nicht ratsam. Das ist einmal. Die Dämpfungsgabe ist eine Dämpfungsgabe. Die Dämpfungsgabe ist eine Dämpfungsgabe.